Autoserity präsentiert Ihnen heute ein Mercedes-Benz GTS Edition One. Einer von den ersten Fahrzeugen auf dem Markt in Selenit Grau. Fahrzeug verfügt über eine Vollausstattung. 20 Zeller mit Keramikbremsanlage. Die ersten Fahrzeuge mit dem Steifen. Heckspoiler hinten ist Edition One. Also ist nicht absenkbar. Klappenausfluganlage verfügt das Auto. Das Auto ist eine Bombe. Inadrenalis in Carbon. Große Zaun System. Rote. Gurte. Karbonverzierungen. Hat Edition One Performance Lenkrad. Oben ist die Einstellung für die Heizung. Panoramadach. Hat hinten die Karbonstrebe drin. Kostet auch auf Preis 1200 Euro. Performance Sitze. Windisch. Eis. Weitere. Der Nachfolger hat von der SLS. Anhaltglück. Dann gehören. Wir kommen dann mit dem inductale Kopf rein. Wir kommen eine Brille in Laien. Wir kommen dann mit der SLS-Lärmung. Wir kommen. Wir kommen jetzt schwer. Hier ist der Zauberknopf für die Performance-Abgaseinlage. Kommen Sie zur Autoserien. Die ersten Fahrzeuge auf dem Markt, Premium-Luxusklasse, vom Sportwagen bis über den Panzerwagen. Wir sehen uns auf www.autoserien.de. Die ersten Autos bei uns. Danke. Danke.